Nachdem wir mit der letzten Umfrage die Ersteller einen Sim-Modus-Objekte für das Kunst- und Handwerks-Accessoire-Pack gewählt haben, sind jetzt die Objekte im Baumodus dran. Mehr zur aktuellen Umfrage in diesem Video. Neben den neuen Optionen zum Bauen wurde in der Umfrage ebenfalls verraten, welche Gameplay-Objekte es jetzt mit dem neuen Pack geben wird. Insgesamt können sich eure Sims mit dem Kunst- und Handwerks-Pack über einen neuen Schaukelstuhl- und Stricken-Gameplay freuen. Über die beiden Objekte und deren Stil lässt sich jetzt auch abstimmen. Hier steht für den neuen Stuhl eine gepolsterte oder nicht gepolsterte Variante zur Auswahl, sowie Strickzeug in unterschiedlichen Variationen. Auch im Baumodus gibt es spannende Sachen zum Wählen. Hier könnt ihr insgesamt aus 121 Objekten und Variationen eure Favoriten herauspicken. Die blau markierten Objekte lassen sich ebenfalls von den Sims herstellen. Insgesamt wird die Zahl der Objekte, die im Pack dann enthalten sind, aber vermutlich wieder kleiner sein. Den Link zur Umfrage findet ihr wie immer in der Beschreibung. Für welche Objekte werdet ihr stimmen, schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.